Und los geht's! Zweite Video von TheProfitTrader Und jetzt noch was zu der Herkunftsgeschichte von dem Youtube Channel Und zwar habe ich auf den Ebay Kleinanzeigern Zwei Tinboxen ersteigert für insgesamt 20€ Das sind einmal Nummer 10 LumiRitter Und der Galaxie Augen Photon Drache Und zwar jede einzelne Box hat halt 10€ gekostet Da sind dann 5 Promokarten pro Tinbox drin Und dann eben diese 5 Booster Auf die Comments will ich jetzt nicht direkt nochmal eingehen Das sind hier ich glaube an die 70 Stück Aber die Promokarten kann man sich ja gerne nochmal angucken So fangen wir mal mit der Galaxie Augen Photon Drache Tinbox an Da haben wir zum einen den Galaxie Augen Photon Drache selber Dann ernste Warnung Dann haben wir den niederträchtigen Sternenstaub Drachen Wächter Eathos Und einen fossilen Parhycephalosaurier Ja Genau Und dann weiter zu der Nummer 10 LumiRitter Da ist natürlich diese Promokarte selbst drin Als Secret Rare Dann auch wieder einmal ernste Warnung Ein XX Säbel Finsterseele Der Tyrann Neptun Und Ehrenlicht verpflichteter Mönch Alle Super Rare Und wie gesagt auf die kann man sich nicht eingehen Aber dann habe ich natürlich auch noch aus dem Pack einige Karten gezogen Und das ist eigentlich das Highlight Und zwar Haben wir hier einmal Symphonischer Krieger Trommel Der natürlich nicht das Highlight ist Das Highlight kommt gleich Dann einen nordischen Ascendant Valkyrie Die müsste auch so ungefähr 3 Euro auf Ebay wert sein Dann haben wir in Secret Rare Dann haben wir in Secret Rare Ein Schrottort Orttross Sorry In Secret Rare Und Aus 4 Storm of Ragnarok Boostern Haben wir 2 Mal Max C gezogen Und diese Karte ist auf Ebay Wie gesagt schon 20 Euro wert Oder um die 20 Euro Und daher haben wir die beiden Tin Boxen mit einer dieser Karten schon wieder raus Und einen guten Profit gemacht Und das soll es für das Video gewesen sein Ich hoffe ihr hattet Spaß und würdet mich abonnieren Weitere Videos werden auf jeden Fall folgen Ich werde mich auch auf Flohmärkten rumbewegen und Karten kaufen günstig Und euch dann natürlich die Karten vorstellen und zeigen Und jetzt ist Schluss jetzt ist es jetzt die Karten... Ich hoffe ihr hört euch auch auf jeden Fall